Moin die Verrückten! Heute Abend geht es los! Am 1.12.2021 öffnen wir gemeinsam die erste Tür vom Adventskalender und weil ich irgendwie eine absolut irre Community habe, haben wir nicht nur einen Kalender zu öffnen, sondern gleich zwei. Hier der von der Darkie gesponserte Kalender. Ich sag euch, ich weiß nicht was drin ist, aber so wie ich der Darkie kenne, wird das eine ganz, ganz fette, krasse Nummer mit diesem Kalender hier. Und dann habe ich für euch noch unseren Kalender aus dem letzten Jahr. Er ist da, er ist immer noch da und er ist neu bestückt und auch hier gibt es schöne Gewinne dabei. Insgesamt reden wir bei beiden Kalendern zusammen von einem mehrfachen Millionenwert, der hier rausgeschallert wird. Und zwar täglich zwei Türen. Was müsst ihr wissen? Was müsst ihr machen? Die Streams finden auf Twitch statt. Das heißt, wenn ihr ein oder zwei oder mehr Kalendertürchen vielleicht im Laufe der Zeit gewinnen wollt, dann müsst ihr auf twitch.tv slash ruch83 meinen Kanal ein Follow da lassen und dann die Benachrichtigung aktivieren. Denn es wird keine feste Zeit geben, zu der ich die Kalendertüren öffne. Es kann sein, dass ich abends spät eine Tür aufmache. Es kann sein, dass ich mittags eine Tür aufmache. Es kann sein, dass ich morgens früh eine Tür aufmache. Man kann nur den machen warm, man kann nur den machen kalt. Also man kann in den Urlaub, man kann ein Picknick machen, man kann abends morgens essen, wie man gerade Hunger hat. Es ist komplett variabel. Aber wenn du dir was sichern willst, komm auf Twitch, follow den Kanal, aktiviere die Benachrichtigung und dann bist du mit dabei. Es lohnt sich. Unter anderem gibt es auch mindestens, ich sage keine Mindestanzahl, aber es wird Spawner geben. Es wird EP-Rahmen geben. Es wird Dragon Eggs geben. Es wird Beacons geben. Es wird Köpfe geben ohne Ende. Es wird Gutscheine für Geld geben. Es wird... Seid einfach dabei. Es lohnt sich. Bis dann, euer Ruj, haut rein und eine schöne Vorweihnachtszeit.